47% vom Jahresziel erreicht. Ja siehst du, wir haben jetzt Ende Januar. Perfekt. Lüfte. Ich hab 30% vom Jahresziel erreicht. La 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 la. Guck mal ein Konon. Ich hab Jahresziele. Natürlich, Ziele sind wichtig und richtig im Video. Heide sauber halten, Mercedes setz ich mir nicht. Auch das ist richtig und wichtig. Es pannt down. Man soll sich ja nicht zu viel zumuten. Mein Ziel ist Level 67 und 3 Schmuckteile auf Pin. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Beim Haus 5 bis 2 ist ein Eck übersehen. Oha, Beschwerde geht raus. Schaffst du nicht? Quatsch. Ziele sind auf K-Reiten. Ja. Das ist aber 65. Ja. Ach du, ich bin auch zufrieden, wenn ich dieses Jahr auf 80% habe. Hab ich schon gesagt. Das ist auch okay für mich. Ich schaff sowieso nicht das Level ab. So einfach ist es dann doch nicht. Zum Glück. Sonst würde jeder auf die Idee kommen. Also ich will mindestens 75% haben dieses Jahr. Das ist das Mindeste, was ich dieses Jahr haben will. Das sind 45% und die sollte ich eigentlich hinkriegen. Denk ich. Ja, denk schon. Mit den Anpassungen, mit den Christellen, mit den Artefakten sollte das möglich sein. Aber, die Idee muss. Na, ich hätte gern bei meinem Oger in Ruin auf Penn. Und ähm. Dann fehlt mir glaube ich Ohrringe. Ja. 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 Wobei ich mit einem Oger schon, weil sie immer halt Gizko wäre. Ich muss dringend auf Prezi gehen. Ich hab noch ein bisschen zu wenig, wenn ich mir den Rest so angucke. Also wenn ich den Vergleich. Ah, ich hab auch schon überlegt, ob ich den Oger einfach kaufe. Weil ich wechsle den ja dann eh wieder, weißt du. Aber da steht jetzt schon so viel Geld drunter. Ach, da will ich den ja eigentlich nicht kaufen. Weißt du, was ich mein? Ich will eigentlich sowieso nicht mehr als 311 AP haben. Weil ab da gehst du ja sowieso auf Prezi und so ein Shit. Zumindest hab ich das mal so gelernt. Ich bin aber auch wieder zu Old School für den Scheiß. Das ist ja so sehrлich. Aber abwende, was verliere ich am Ende noch? Ja das hoffe ich ja wohl. Das soll ich ja wohl hoffen. Du bist eigentlich angekommen? Perfekt. Nee, dann kann es selbst mit Grinden anfangen, ne? Da ist noch eben noch Dings. Shere Khan. Ich hätte ein Shere Khan GQ. Toni. Wenn du magst. Kaffan, Kaffan macht meine eh nebenbei. Ja, das stimmt. Das ist doch gerade erst nacht gewesen, also. Möchtest du einen Shere Khan GQ? Hast du den jetzt fertig? Den Shere Khan GQ? Hab ich nicht mitbekommen. Hab ich es noch mitbekommen und vergessen? Ich bin waiting for somebody. I need someone who can clear my mind. Ach so. Ja, stimmt. Hab ich wohl vergessen. Ups. Entschuldigung, ich kann mir nicht alles merken. Ich gebe mir Mühe, aber es klappt mir immer. Ich bleibs noch davor. Entschuldigung. 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 Ja, ich hab ja nicht nur dich im Kopf, ne? Da kann man schon mal was vergessen. Das ist meine Badezimmer spiel schon Notizmann-Them, wer ich bin, nur vor allem die viele. Wer sind sie? Was machen sie in meinem Badezimmer? Was glaub ich dir glatt bei deinem Schlafmangel, ne, Karri? Ist doch nicht komplett Wahnsinn, ich wusste, wo noch nicht sowieso. So, ähm... Wollt ihr das jetzt heißen? Ja, dass du super wenig schläfst. Und der Körperschlaf brauchen, ist doch der verrückte. Schau mal. Das ist ja kein Baby. Das ist ja kein Baby. Das ist ja kein Baby. Voll okay, da hast du drei Stunden nur geschlafen heute, denke ich. Ich singe noch nicht mein Lied. Warum? Warum soll ich das tun? Nee, meine, jetzt ne, bei Kirsebrüte. Das ist so wahnsinnig, da kann ich doch nicht singen. Versuch mal zu singen, etwas zu essen im Hals. Hast du gleich erkannt? Das ist richtig, ja. Dein Käsebrot liegt neben mir, ich hab noch eins. Das hab ich mir vorhin gemacht vorm Stream, irgendwann, aber ich komm nicht wirklich zum Essen. Klingt das böse, was? Ich möchte das Käsebrötchen, ich weiß nicht. Warum bist du denn jetzt so, Cari? Käsebrot ist gutes Brot. Ja, nicht wahr? Das denke ich nämlich auch. Wege Schneider. Aber wenn du jetzt den HP-Port fertig hast und Elton jetzt auch, ne, was grindest du denn jetzt überhaupt? Das ist gut. Willst du noch Map machen? Coco? Dann kannst du dich von meinem Stall zum anderen forten, ne? Ich hab angefangen, also zwei Stunden grad mal. Oh, okay, das ist ja wenig. Und dann auch schon wieder raus. Ja, wünsch ich dir auch, Bruno. Wie sinny. Also eigentlich würde ich dich lieber singen, als du wissen, dass du Käsebrötchen hast. Ich weiß ja auch nur alle zehn Minuten gefühlt mal ab. Wenn die, wenn das überhaupt mal hinkommt. Aber nein, das ging doch jetzt nicht. Keiner will das hören. Nein, Lenny, wenn du singst, dann regnet's. Aber wenn mir schneit, sowieso nur. Wenn Lenny singt, dann regnet's Real Talk. Ich jedes Mal, ne? Hm, ich überleg grad, ob ich bis zum Montag noch die 31% schaue. E? Was für E? Mit Karin oder mich? Oder? Brian. Ich bin jäu. Bä dumge mal. Ich bin jäu. Hong! Ich bin jäu. Du bist uns schuldig? Natürlich immer, oder? Immer, Cari, immer. Cari, einfach die unschuldende Person, man kennt ihn. Habt ihr da mittlerweile schon ein Frühstück? Eigentlich, nebenbei. Außer Cari, der zu voll ist, Socken anzuziehen. Nö. Kein Socken, Cari. Ich muss irgendwie an Harry Potter denken, ne? Klappt ohne das Meth, das Salz oder das Pfeffer vom Brot sind. Gibt's lecker Mettbrötchen mit dir zum Frühstück? Nächstes Mal gibt's Eiersalat, Nenny. Damit sich die Sauerei noch lohnt. Der Meister hat Sobbi, Robbi eine Socke gebracht. Der Sobbi, Dobbi, Robbi ist aber still. Wir wissen ja, was gemeint wird. Später gibt's aber noch einen restlichen Obstsalat. Das ist ja nicht das Weiße in dem Obstsalat gewesen, Sahne. Ich muss jetzt mal drüber nachdenken, vielleicht will ich das auch nicht wissen. Ich rieche dich ja Joghurt. Ich mach da manchmal ganz gerne Schlagsahne drüber. Und Obstsalat. Aber das ist nicht mehr so gesund. Das kann schon mal sein. Klinischer Joghurt. Hm. Joghurt nehme ich immer ganz gerne für Müsli. Also statt Milch mit Naturjoghurt. Voll geil. Ist aber ein bisschen eigen, finde ich. Muss man nur... Ist ja der mit Honig oder mit Natur bisschen Zucker rein? Okay. Was ich auch ganz gerne mache, ist so Speisequark mit Joghurt und dann Früchte rein. Ist auch sogar. Und Honig. Ich habe mit Buben oder ares. Ich habe es hier in Haus. Es steht so schwer, eigentlich. Masch. Entschuldigung. 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 Okay. Ein black shirt und ein bisschen schmuh ne. Aber irgendwie zu gar nichts nennen wird das, außer ein paar Relikte und ein paar Lichtsteine. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber hey, wir haben schon drei die Küsser gemacht. Juhu! Untertitelung des ZDF, 2020 Hm, dachte der Quatsch mit an hat er nicht. Hallo Sascha. Ich hab grad gewartet, was passiert. Der Pizzi ist auch schon fast an, aber nur fast. Du schaffst das heute noch, Kari. Du schaffst das. Ich glaub ganz fest an dich und deine Socken. Ich glaube. Du musst nachher auch essen, hm? Ist deine Belohnung schon abgeholt? Ich hab dich einmal rank gemacht, die ist so süß, ne? Nicht einmal. Auf Wiedersehen. Bye-bye. unserer Glocke. So, glaube ich. Bis zum nächsten Mal.